Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Mittwoch, den 21. August. Mein Name ist Benjamin Kantak. Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen haben rund 2000 Demonstranten einen Auftritt von AfD-Landeschef Björn Höcke verhindert. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Der Termin wurde aus Sicherheitsgründen danach beendet. Thüringen wird am 1. September und neue Umfragen sehen die AfD bei bis zu 30 Prozent. Bayerns Innenminister Herrmann plant die Einführung einer Echtzeitgesichtserkennung zur Verbrechensbekämpfung. Diese soll Überwachungskamerabilder mit Fahndungsfotos abgleichen. Datenschützer äußern verfassungsrechtliche Bedenken. Fast jeder fünfte deutsche Rentner war 2023 armutsgefährdet, so die Bundesregierung. 18,4 Prozent der Rentnerinnen und Rentner haben weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Die Linke fordert eine einkommens- und vermögensgeprüfte Mindestrente von 1250 Euro. Australiens Bundespolitiker werden unter neuen Gesetzen, die dem Parlament vorgelegt werden sollen, Konsequenzen für schlechtes Verhalten tragen müssen. Die Gesetzgebung wird die unabhängige Kommission für Parlamentsstandards einrichten, die mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex untersucht und Sanktionen empfiehlt. Das Parlament wird heute den ersten jährlichen Fortschrittsbericht zum nationalen Plan zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Kinder erhalten. Der Bericht fordert, dass Männer in alle Aspekte der Beendigung von Gewalt einbezogen werden, wobei mehr Interventionen für Männer erforderlich seien. Australiens größtes Projekt im Bereich erneuerbarer Energien hat die Umweltgenehmigung der Regierung erhalten. Das SunCable Australia Asia Powerlink wird eine 4 Gigawatt-Solaranlage, eine 800 Kilometer lange Übertragungsleitung und ein Unterseekabel umfassen. Die Bundesstaaten und Territorien haben sich über Änderungen am Nationalen Versicherungsprogramm für Behinderungen, kurz NDIS, geeinigt. Ein Schritt in Richtung Verabschiedung des Gesetzes durch die Regierung. Die Änderungen beinhalten schnellere Genehmigungszeiten für Regeln, Anpassungen bei Streitbeilegungen und die Anforderung einer Mehrheit statt einer einstimmigen Entscheidung zwischen den Regierungen bei Regeländerungen, die Menschen mit Behinderung betreffen könnten. Politiker und Eltern fordern die Regierung auf, die Finanzierung öffentlicher Schulen zu erhöhen. Die Australian Education Union schloss sich heute Morgen auf dem Rasen vor dem Parlamentsgebäude den Bildungsministern von New South Wales, Victoria, Südaustralien, dem ACT und Queensland sowie Eltern und Schülern öffentlicher Schulen an. Australiens Regierung hat über 150 sogenannte Ghost Colleges geschlossen. Der Begriff bezieht sich auf Schulen, die nicht nachweisen konnten, dass sie in den letzten zwölf Monaten Ausbildungen angeboten haben. Es wird angenommen, dass sie eine mittlerweile geschlossene Lücke im australischen Visasystem ausgenutzt haben, die es internationalen Studentinnen und Studenten ermöglichte, zu arbeiten, anstatt zu studieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017